Guten Tag, ich warte auf meinen Kater und ich warte auf eine E-Mail und nicht nur ich. Die Frau Driessen hat eine E-Mail von mir und ich warte nicht auf Neujahr. Und ich möchte das jetzt gleich beantwortet haben. Innerhalb von einer Stunde möchte ich meinen Kater sehen. Damit das hier noch friedlich ausgeht, können sie auch in dem Ton wiedergeben. Ich finde das nicht witzig. Sie kenne ich, glaube ich, nicht. Aber bitte weitergeben. Sie können da nichts für, sollte das heißen. Nicht aber. Bitte weitergeben, das ist nicht lustig. Das ist mein Baby und das kommt dieses Jahr zu mir zurück. Sonst gibt es ja Heckmeck. Nee, nee, nee. Besser nicht, ich bin gerade wieder aggro. Sie soll sich bei mir melden schriftlich. Ich kommuniziere mit Behörden. Ich bin eine Kauffrau. Oh, ist das ungern, eine Telefonhäsch. Keine Buchung ohne Beleg. Ich muss meine Jahresbilanz machen. Die soll sich beeilen. Ja, ich gebe der Frau Liskus Bescheid. Danke.